Mein Name ist Sascha Rabe und ich werde in Gesprächen mit Berufsinteressenten häufig gefragt, wie ist denn das so mit dem Verkauf? Und die haben so ein bisschen Sorge und dann frage ich ein bisschen tiefer nach und dann höre ich, ja, ich möchte nur dann Produkte anbieten und empfehlen, wenn ich davon überzeugt bin. Und wieder andere sagen, ja, ich möchte keinen Kunden überreden, ich möchte immer nur überzeugen. Und genau so ist es richtig. In meinem Beruf, so wie ich ihn verstehe, brauchen wir Menschen, die Interesse an nachhaltigen Beziehungen haben und echte Mehrwerte schaffen. Und wir brauchen nicht diejenigen, die anhauen, umhauen, abhauen. Wenn du also wirklich einen Beruf haben willst, auf den es um Qualität geht, dann schreib mich an, dann ruf mich an.